Hallo Leute, ich darf euch begrüßen zu meinem vierten CNC Video und heute möchte ich euch mal den aktuellen Stand zeigen. Ich habe gestern Abend den Riemen ausgestauscht, den GT2 Riemen, so wie die Kugel-Lager, zumindest die meisten davon. Ich habe ein paar Fragen bekommen oder warum ich das Ganze mache, GT2 Riemen versus T, 2,5 Riemen und so weiter und so fort. Eins vorweg, ich kenne mich da jetzt auch nicht so mit aus. Ich habe es gemacht, weil ich die Riemen schon hier hatte und auch die Bullis, die hatte ich schon im Vorfeld gekauft, bevor ich die Fräse gebaut habe. Und da ich ganz gerne bastle, habe ich gedacht, komm, machst du das Upgrade und bei den Kugellagern war das ähnlich. Ich hatte mal geschaut, welche Artikel gibt es. Ich habe auch den Artikel natürlich mehrfach gelesen von Carsten Meier in der CT Make und abweichend hat er den Riemen T 2,5 genommen und ich habe jetzt hier den GT2 drin. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das im Endergebnis sich auswirkt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum mache ich das denn überhaupt? A, weil es Spaß macht und B, ich hatte die Teile da. Von daher seht das hier bitte nicht als ultimativen Tipp, sondern einfach nur als Andereo bzw. ich möchte aber vorstellen, was ich damit gemacht habe. Ohne jetzt zu sagen, das ist das Ziel, wo man hin muss oder das ist der Weisheit letzter Schluss. Das würde ich niemals behaupten. Da fehlt mir einfach die Erfahrung zu. Gut, zur eigentlichen Fräse, wo wir schon beim Riemen sind. Ich habe gestern Abend in einer einstellenden Aktion den Riemen ausgetauscht, weil ich ohnehin die Kugel-Lager austauschen wollte. Ich habe jetzt die GT2-Riemen drin. Sieht genauso aus. Ja, ich musste den Pulli auswechseln und die beiden Pullis auswechseln und hier an den einmal für die Y-Achse und einmal für die X-Achse den Riemen austauschen, was ich gestern gemacht habe. Wie sieht das Ergebnis aus? Ich sehe im ersten Blick erstmal keine Unterschiede, auch vom Hören her. So gute Ohren habe ich jetzt auch nicht, dass ich da jetzt ein Unterschied gehört habe. Aber wie gesagt, da ich die Teile da hatte, hatte ich das auch direkt gemacht. Vielleicht hätte ich damit warten sollen, bis ich meinen Vergleich machen kann. Aber ich hatte Lust zu basteln. Zu den Kugellagern. Ich hatte ja das Problem, oder das Problem ist mir aufgetaucht, hier auf der X-Achse, auf der Y-Achse, mit dieser Umdenkrolle. Und zwar hatte ich festgestellt, dass bei der Bewegung der X-Achse, dass der Riemen recht stark vibrierte, die Vibrationen sind deutlich geringer geworden. Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Weniger wegen dem Riemen, sondern eher wegen dem Kugellager, den ich jetzt hier drin habe. Und zum anderen, das hatte ich bei meinem Video nicht gemerkt, Ich habe mich das Ganze noch an diesen Treiber, an dieser Treiberplatine dran hatte. Und da wird ohnehin die Bewegung abgebremst durch den Motortreiber. Dazu komme ich vielleicht später nochmal. Ich habe das gemerkt, bei der manuellen Bewegung der Traverse, dass sobald der Riemen an dem oberen Punkt angekommen ist, wo der an der Unterlegscheibe geschliffen hat, da war die Bewegung deutlich schwerer. Und das konnte man schon wirklich fühlen. Das ist jetzt nicht mehr. Allerdings bin ich die Vibration nicht komplett losgeworden. Die sind noch in geringem Maßen da, das kann man auch fühlen. Aber deutlich geringer als vorher. Das kann ich bestätigen, zumindest für meinen Fall. Ich muss auch dazu sagen, bei mir wird das auch dadurch verursacht, dass diese Schraube hier nicht hundertprozentig senkrecht drin ist. Da habe ich beim Bohren wohl nicht aufgepasst oder die Rampermuffe nicht richtig reingeschraubt, wie auch immer. Auch hier, das Brett ist ein bisschen kurz geraten. Ich werde das Brett auch ein bisschen verlängern. Ich hatte bisher noch keine Zeit gehabt, ein neues Brett zu besorgen. Ich würde das Ganze wahrscheinlich so um die Zentimeter höher machen, sodass ich auf diese Unterlegscheibe gezichten kann. Oder vielleicht einen halben Zentimeter und doch noch zwei, drei Unterlegscheiben zur Feinjustage, mehr oder weniger. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe ja jetzt die Kugellager drin mit Bund. Und dadurch wird quasi der Bund auch mitbewegen. Und da schleift jetzt, zumindest was das betrifft, nichts mehr. Die Vibration, das habe ich festgestellt, kommt hauptsächlich durch die Zähne des Riemens. Wenn man hier mal guckt, die Riemen hat ja so kleine Zähne. Und entweder durch die Lauffläche der Kugellager oder durch die Unterlegscheibe oder auch durch den Bund, reibt das Ganze. Ja, ich würde nicht sagen reiben, aber durch die Zähne und durch Berg und Tal hier bei diesem Riemen hat man so, wenn man auch mit dem Kugellager drüber geht, merkt man das leicht. Ja, dass es halt nicht hundertprozentig glatt aufliegt. Klar, durch die Täler hier bei dem Riemen, das ist ganz natürlich. Im Nachhinein hätte ich dann doch eine Nummer größer genommen, was Kugellager betrifft. Das ist ein bisschen unscharf. So sieht das Ganze vorher aus. Man hatte eine Unterlegscheibe. Hier zwischen fehlt noch eine Passscheibe. Ich hatte leider keiner mehr. Aber ich möchte es euch ungefähr so vorstellen. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe hier diesen Kugellager mit Bund und davon werden zwei Stück übereinander gelegt. Dann hat man ungefähr, ich sage mal, die gleiche Dicke. Vielleicht ein Tick mehr. Dick mehr. Das hier sind, ich meine, das müssen 22 Millimeter sein. Und das sind jetzt leider eine 15. Ich hätte vielleicht eine Nummer größer kaufen sollen. Funktioniert aber trotzdem gut. Ich habe die Kugellager jetzt überall dran. Sprich auch hier an dieser Ecke unten. Da habe ich übrigens das Problem nicht mit den Vibrationen. Und zwar ist es ganz einfach. Auf der Seite läuft der Riemen, nämlich nicht mit den Zähnen zur Laufseite, sondern mit der glatten Seite. Dadurch habe ich natürlich keine Vibrationen. Auch hier habe ich keinerlei Probleme mit dem Schleifen der Unterlegscheiben. Ich habe hier jetzt ja auch die Kugellager mit Bund drin. Auch hier muss man das haben. Das geht auch ohne. Aber ja, ich die Kugelager auch schon bestellt hatte und die jetzt auch angebaut habe. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen weicher läuft. Natürlich auch hauptsächlich durch diese Umdenkrolle bedingt, die jetzt nicht mehr schleift. Ob der GT2 Riemen jetzt das Nonplusultra ist? Ich weiß es nicht. Ich könnte auch argumentieren, ich hätte gerne das Ganze eben noch ein bisschen breiter. Das sind ja 6 mm ungefähr. Die gibt es angeblich auch mit 9 mm. Habe ich im Internet noch nicht gefunden. Hätte ich die gefunden, hätte ich wahrscheinlich auch schon gekauft gehabt statt der 6 mm. Aber das sind jetzt 6 mm statt 9. Man muss ja, wenn man 9 mm nimmt, auch die entsprechenden Pullis dazu haben. Habe ich jetzt auch nicht gefunden. Aber ich werde damit auch lieber auch mal nehmen können. So, wunderbar. Ja, das habe ich gestern in einer 2-Stunden-Aktion gemacht. War jetzt ganz gut. Da hatte ich schon mal ein bisschen Übung bezüglich dieser Brücke, weil ich die auch komplett runternehmen musste. Und damit, ich würde mal sagen, nicht vergessen, wie das funktioniert. Das war auch mal wieder eine ganz interessante Erfahrung. Hat mich noch ein bisschen länger gekostet an Zeit, weil ich darauf achten musste, dass der Riemen wieder ordentlich drauf zu sitzen, dass er unten nicht verrutscht und so weiter und so fort. Wunderbar. Dann habe ich noch etwas anderes auf dem Tisch stehen. Und zwar sind diese Kisten hier. Die habe ich bei Sorotec gekauft im Internet. Die sind gebraucht und kosten nicht viel. Ich glaube, ich habe da jetzt 1,90 Euro für bezahlt für so eine Kiste. Und die sind wirklich prima zum Zuladen der Fräser. Ich habe da jetzt auch schon ein paar gekauft im Vorfeld. Und ich habe jetzt keine neuen Fräser gekauft. Das sind jetzt gebrauchte Fräser. Die habe ich jetzt bei Ebay gekauft, glaube ich. Zum guten Kurs. Da kostet ein Fräser, glaube ich, nicht mal einen Euro. 40 Cent oder so. Und die kommen aus der Leiterplattenindustrie. Dort werden die Fräser sehr früh ausgetauscht aufgrund von Qualitätsgüten und Qualitätsansprüchen. Aber für die Holzverarbeitung, was ich hier zu 99% machen werde, reicht das völlig. Ich habe die auch in verschiedenen Variationen und verschiedenen Stärken oder Dicken, Durchmesser. Und da werde ich auch mal schauen, was ich damit mal machen werde. Gut, das wäre es erstmal so viel zu den Upgrades. Noch einmal, ich möchte darauf hinweisen, dass die Upgrades, die ich jetzt durchgeführt habe, jetzt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein muss. Insbesondere die hiesigen Diskussionen mit dem GT2-Riemen. Was ich aber für meine Fräse bestätigen kann, ist die Verbesserung durch den Kugellager. Im Nachhinein optimal für mich wäre wahrscheinlich gewesen, diese Kugellager mit Bund in etwas größerem Durchmesser. Die gibt es auch mit 22 Millimeter, also genau die, die auch vorher drauf waren, die der Kirsten Mayer auch verwendet hat. Aber die scheint auch ganz gut zu laufen. Ich bin, was das Upgrade mit dem Kugellager betrifft, recht zufrieden. So, was steht das Nächstes an? Also ein Tipp wollte ich euch noch geben. Wenn ihr mit der Fräser rumspielen, das was ich jetzt mache, wenn ich meine Eure und Eure schiebe. Also, achtet bitte darauf, dass ihr die Kabel nicht drin habt, also die Stecker. Weil A, merkt man das, dass die ein bisschen schwergängiger sind, wenn die Kabel drin stecken. Und B, fließt dann durch die Bewegung, erzeugt der Schrittmotor Strom oder Spannung. Und das fließt dann zurück zu diesem Treiber. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut ist. Man kann auch daran erkennen, dass hier die LEDs leuchten, wenn ich die Traverse bewege. Obwohl das Ganze nicht am Strom angeschlossen ist. Und das kann nicht gut sein. Also, ich glaube nicht, dass man dadurch sich schnell die Karte kaputt macht. Das ist mir zum Glück bisher noch nicht passiert. Aber sicher ist sicher. Gut, dann war es das für heute und bis zum nächsten Video. Dann war es das für heute und bis zum nächsten Video. Vielen Dank.